Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Und zwar, wie ihr hier schon auf dem Bild sehen könnt, gibt es einen Banner auf meinem Kanal. Jawohl, liebe Freunde, Gragosch hat einen Banner, Let's Plays mit Leidenschaft, so sieht das Ganze aus. Und das ganze Worte erstellt von den guten Magic Designs. Hier ist der Name Magic Designs, 30 Aufrufe hat der gute junge Banner für mich erstellt, ich gehe mal auf seinen Kanal. Der Kanal ist natürlich selbstverständlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich wollte mich bei dir in diesem Video nochmal bedanken dafür, dass du mir den Banner erstellt hast. Dass es alles so schnell über die Bühne ging, dass es so unkompliziert über die Bühne ging, das war echt cool gewesen von dir. Und der Banner ist natürlich schon selbstverständlich auf meinem Kanal hier zu sehen. Genauso wie auf meiner Facebook-Seite und auf meiner Twitter-Account. Und ja, das soll eigentlich bloß ein kleines Informationsvideo sein, darüber, dass es hier diesen kleinen Banner gibt. Und wenn ihr Bock habt, dann lasst doch hier einfach ein Like da, ein Abo da bei den guten Magic Designs. Oder wenn ihr YouTuber seid oder kleinere YouTuber seid oder mit YouTube anfangen wollt, dann schreibt ihn doch einfach mal an. Der ist da bestimmt nicht schüchtern und dann könnt ihr euch ja halt ihm was ausmachen. Vielleicht macht er euch ja auch einen Banner. Bei mir hat er das auf jeden Fall gemacht. Das ist sehr, sehr cool. Ich freue mich echt darüber. Und ja, das soll es schon gewesen sein. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal und wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Bis dahin. Ciao.